Einen schönen guten Tag, hier ist Morgenson Lassie, und ja, ich mache erst mal wieder weiter mit Minecraft. So Leute, ich habe es noch einmal geschafft. Ich muss jetzt erst mal so lange hier abkappen, sonst wäre es nicht mehr gegangen. Moment, ich hätte das so machen können. Soll ich das jetzt auch machen können? Ich bin nicht da. Hallo? Oh ja. Geht ihr jetzt so, so, so. Da muss ich rein brauchen, und dann kommt es ja wieder. Moment, irgendwann ist ein Clean Denkfehler jetzt wieder drin. So, die geht immer so. Zack, zack, zack. Doch, ist alles richtig. Ach, kann ich ja schon machen. Kann ich ja doch einschließen. Fällt mir jetzt gerade ein. Ach ja, hm. Das ist ja ein Problem, wie immer. Vielleicht bin ich ein Monster. Das muss ja immer so. Benkomm. Genau. Aber dann geht man auch rückgängig in den Keller. Alles einzuschließen, brauchen wir ein Tun. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Gut. Gut. Okay. Noch ein Stück. Hörbomber. Guck mal. Hörbomber. hallo Ach, das ist ein helles. Warte, das kann ich schon alles machen. So, eine Bein... Eie, 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 eie. Eie, das wissen wir nicht, schen wir mal. Toll! Ja wo bist du denn? Blöde Dingchen Na also, tschau Ich muss den Video verpassen Achja und Fehler brauche ich auch Hühnchen Ich habe nur 2 Dinger frei Ich flippe aus Hallo So 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 Nur noch ein paar Dinger machen und dann bin ich endlich fertig und dann kann ich endlich wieder alles zumachen. Na, was wollte ich denn denn jetzt? Eisen? Achja. Das reicht da niemals aus. Die drei Stück nie. Ja. Das muss dann wirklich jetzt ausreichen. So. ... ... ... ... ... ... Und... Ja... Wo denn? Hallo? Ist er hier irgendwo abgeschossen? Hm... Ja... Wo denn? Feige Sau, wo bist du denn? Ja... Nein! Verbrecht er mal noch nicht! Krass! Hier ist irgendwo... Was ist das verdammte Vieh? Ach, da hast du dich verkrachen! Oh, Mann! Hallo? Oh... Oh, nee! Ja... Oh... Mann! Ja... Oh... Ja... Ja... Nähe ich gern von Außen ruf! So, hier ist ein Eisen, den ich jetzt rauskomme. So, mein Gott. Ich muss hier wissen, wenn das so lange dauern tut, dass ich so lange hinziehen tue. So, zehn Stück müssen reichen. Und ich hab nur nicht, was ich hier drue und sehe ich jetzt gerade. Hallo? So, da haut nicht mehr. So, wo sind die jetzt? Zeig ich dir gerade erst mal den Schaft. So, hier ist er echt schlimm heute hier. So, jetzt reicht das endlich. Wo bist du denn hier? So. 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 So, Hallo. So, nochmal kurz in die Zimmer machen. Ach, jetzt habe ich den Fehler erreicht. Zack. So, ich muss es einfach so machen. Und so machen. So, jetzt... Ach. Hallo, Päros. Ist ja schon da alles. Oh. Nein. Das sieht wieder nichts. Warum nicht? Mann! Hm. Okay. Er ist halt nicht schlimm jetzt hier. Nicht richtig witzig. YouTube. Stop. Stop. Ich werde mich jetzt so malen. Nee. Jetzt funktioniert es. Ah, so. So. Jetzt funktioniert es. So. Jetzt funktioniert es. So. Dann geht alles zu. Nein. Oder? Oh, nee. Ich flippe aber so jetzt hier. Ach ja. Hm. Alles klar. Ja. Warum hackst du jetzt so doll? Warum hackst du jetzt so doll? Ja. Ja. Es funktioniert nicht. Ach. Gott sei Dank. Ich geh immer ganz schlimmer hin. Ach ja. Oh Gott. Das war eine schwierige Bude jetzt hier. Was? Wo denn? Nur wegen dem Monster da hinten? Oder ist hier hinten nur irgendwo einer? Hier da ist einer. Das war doch ganz schlimmer. Ist das doch keiner da? Keiner? Altt. Oh Mann. Ich werde noch gucken ob ich einen Platz habe. Aber nie, ich habe keinen Platz. Mann! Ich muss extra jetzt hier hingehen. Es darf doch nicht wahr sein. So. So, ich wollte mal kurz nach unten gucken. Wie das alles funktionieren tut, und dann kann ich alles zumachen. Ach, hier bin ich verkehrt. Boah, ey, Alter. Ja, da brauche ich noch. Stein. Oh, das war jetzt eine schwierige Gurt. Ja, da brauche ich noch. Stein. Boah, ich muss nochmal irgendwo noch anschließen. So, erstmal, ich kann das zu machen. Okay. So, we'll see just out of here. Fuck. Also, ich muss mal kurz hier zu ihm. Hallo. So. Äh, das stimmt hier nicht. So. Mann! 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 Ich laufe hier rückwärts, ich werde keine Schröte. So, endlich zu hier machen. Oh, das war eine schwierige Bündnis hier. Oh, ich werde mich jetzt mal fressen. Ich flippe raus jetzt hier. Sorry, ich bin zu satt. ja 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 Oh, nein, 2. Ich bin nur 2. Ich bin nur 2. Oh. 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 So, ok. So, alles schön zu machen jetzt wieder. So, gut. So, jetzt geht's mir los. Waaat? 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 Nein, da ist der Punkt halt nicht. Ach, verkehrt rum eh mal. Jetzt habe ich es ja nur getötet. Jetzt kann es wieder zu machen. Ich will es wirklich mal wieder sein. Ah mann. Oh mann. Ich will es ja alle raushauen. Oh mann. Ich lau rückwärts oder vorwärts? Ich will es nicht wie viel mehr laufe ich mache. Ich meine ich bin selbst entweder. Ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr machen. 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 Okay, gut. Wie lange habe ich jetzt gemacht? Ja, fast eineinhalb Stunden. Habe ich jetzt aufgenommen. Gut, das heißt, das sind jetzt so circa drei Folgen. Bis alles fertig ist und dann sag ich erstmal Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Mit V.